Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Autofurie, heute aus einer etwas anderen Perspektive, denn in diesem Video soll es nur um den Innenraum des neuen Porsche Cayenne gehen. Zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, dürfen wir euch nämlich noch nicht mehr verraten. Los geht's! Und wenn man sich den neuen Porsche Cayenne von innen so anschaut, dann könnte man sich eigentlich denken, dass es eine komplett neue Generation ist, aber tatsächlich handelt es sich weiterhin nur um eine Überarbeitung. Trotzdem ist der komplette Bereich neu, ist der vordere Bereich komplett neu, bis hin zu den Türen. Es gibt sehr viel zu berichten, ich habe Angst etwas zu vergessen. Wir starten einfach mal bei meiner Position hier, nämlich der Fahrerposition. Zunächst einmal habe ich in den Händen jetzt ein Lenkrad der neuen Generation. Wir kennen es so von Porsche schon, aber noch nicht im Cayenne. Und mit dabei sind dann einige Änderungen. Es ist nämlich einiges von hier ins Lenkrad gewandert. Unter anderem kann ich jetzt hier die Modi, die Drive-Modi wählen. Ich kann mich aber auch um die neuen Assistenzsysteme per Lenkrad kümmern. Hier links haben wir nämlich einen kleinen Schalthebel dahinter versteckt. Und ich kann auch das optionale Head-Up-Display damit bedienen. Direkt dahinter seht ihr dann eine weitere Neuerung. Während der alte Porsche Cayenne ja teilweise noch analog war, haben wir hier jetzt ein voll digitales Cockpit. Das misst 12,6 Zoll und hat verschiedene Ansichten, zwischen denen wir wählen können, je nach Ausstellungsvariante bis zu sieben. Sprich, wir können die Navigation anschauen. Wir können aber auch so ein bisschen klassisches Design mit diesen fünf Tuben uns noch anschauen. Im Prinzip also alles möglich, was wir in dem Bereich hier wollen. Weiteres Display seht ihr dann hier in der Mitte mit 12,3 Zoll. Dahinter versteckt sich natürlich alles, was wir so von der Porsche-Technologie kennen und lieben gelernt haben, beziehungsweise wurde die Software noch ein bisschen überarbeitet. 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 Mit dabei natürlich auch Apple CarPlay, Android Auto. Und übrigens auch Spotify ist direkt mit an Bord. Wir werfen jetzt aber mal einen Blick hier unten hin, denn wir können zwar eigentlich alles über unseren Screen steuern, wir haben aber hier noch ein paar haptische Knöpfe. Und seht mal, wie schön aufgeräumt das jetzt hier alles aussieht mit dem Black Panel. Wie gesagt, ein paar Wippen bleiben noch übrig, primär für die Klimaanlage. Beziehungsweise haben wir noch zwei weitere wichtige Knöpfe, die nicht verloren gehen dürfen. Warnblinker? Klar. Und ESP aus. Gehört einfach in den Porsche. Wer sich jetzt schon direkt an dieser Stelle fragt, hm, okay, laut und leise, das haben wir hier auch noch, aber sonst sieht das Ganze so clean aus. Fehlt da nicht irgendwas? Ja, vorhin habe ich es schon erwähnt. Modi etc. pp. Okay, aber, richtig, schalten. Der Schalthebel für die Automatik, der sitzt jetzt praktisch zwischen diesen beiden Bildschirmen und versteckt sich hier ganz diskret. Also hier haben wir jetzt noch eine cleanere Fläche. Was außerdem den deutlich cleaneren Charakter schafft, sind ja immer so Kleinigkeiten, die im ersten Moment gar nicht so auffallen. Die Luftauslässe haben jetzt nicht mehr diese einzelnen Streben, beziehungsweise Lamellen, sondern lediglich einen Steg und haben im Prinzip gar keine einzelnen Lamellen mehr. Zusätzlich wirkt das gerade besonders aufgeräumt, weil dieses kleine Fach hier geschlossen ist. Wenn wir das öffnen, sehen wir darunter übrigens die serienmäßige induktive Ladeschale mit 15 Watt. Die ist nicht nur so einfach schon praktisch genug, sondern auch noch gekühlt. Jetzt haben wir sehr viel über den Fahrer, beziehungsweise die Fahrerin gesprochen. Das ganze Cockpit ist ja schon sehr auf mich jetzt in dieser Position ausgelegt. Aber ich habe eins dabei noch nicht erwähnt, nämlich das Highlight für den Beifahrer oder die Beifahrerin. Wir haben hier nämlich nicht nur ein Screen, zwei Screens, sondern gleich drei. Und ich in meiner Fahrerin-Position gerade kann es tatsächlich nicht sehen. Das ist nicht nur super praktisch dementsprechend, sondern natürlich auch sicherheitsmäßig tippitoppi. Möglich macht das eine entsprechende Folie. Der Beifahrer kann jetzt also immer während der Fahrt streamen, die Navigation verfolgen, was immer er oder sie auch machen möchte. Ich muss hingegen auf den Stand warten. Dann kann ich nämlich hier meine Videos anschauen. Ansonsten nicht. Und ich f сам wenn ich hier mit einer richtigen Zeit живin. cmz. Dann kann ich kurz geschieht. Vielleicht mit einer aber machen kann es umher prominenteilskaiever. Okay, mellan Coorswerf und Ähnteren. Vielleicht40alzentrum. Gonnaen mal rein. Hosихåni! Kommaro democrats zu haben. Bis zumachen! was sich design technisch auch noch verändert hat ist nicht nur der bereich vorne für die entsprechenden screens etc pp sondern tatsächlich ist dieser bereich jetzt umlaufen denn er ist sozusagen mit den türen verschmelzen wir sehen hier diese spange die sich dann an den türen weiter herum zieht und das ganze design technisch noch mal schön einfach ich muss sagen generell das raumgefühl hier drin auch mit diesem design zusammen ist einfach echt schön ich fühle mich wirklich wohl vom fond hat sich relativ wenig bis gar nichts geändert aber blicken trotzdem mal rein einmal weil ich persönlich auch diesen tutoren kaller gab es vermutlich auch schon vor dass man weiß mit schwarz kombinieren kann inklusive diesem embossed porsche logo bekannt ist die verschiebbare rückbank beim scv beim coupé gibt es die wie zuvor auch nicht dann haben wir hier ablage mit zwei becher halter und einem smoothie holder und hier an der seite ist genau für die cargostellung für etwas weniger komfort oder etwas mehr komfort und wenn ich den sitz ganz vorstelle und wir das maximal verfügbare ladevolumen dann haben habe ich hier hinter meiner fahrer position von 1 meter 80 immer noch platz geht noch gerade so die handfläche dazwischen nach oben auch kein thema über vier finger die neuerungen hinten sind das natürlich auch das design von vorne hinten übernommen wurde heißt diese neuen dekore aber es gibt auch eine neuerung bei der klimaanlage nämlich einen neuen innenraum filter inklusive gps funktion heißt fährt man in einen tunnel dann schaltet er automatisch auf umluft um und wer darüber hinaus noch mal etwas möchte was ihr vielleicht auch im display vorne schon gesehen habt ist der sogenannte feinstaub sensor der das dann auch automatisch regelt sollte man beispielsweise in stuttgart im kessel rumfahren er dann automatisch auf umluft stellt wenn es dann ein bisschen ja stickig wird und hier hinten auch eine neuerung zweimal usbc zum schnell laden vorne auch zweimal usbc und die haben alle die schnell lade funktion heißt das telefon oder was auch immer man damit laden möchte sollte etwas flotter voll sein als mit dem noch alten usb und das war es hier hinten deswegen noch mal für ein paar abschließende worte nach vorne das war es auch schon mit diesem video und dementsprechend mit dem innenraum des neuen porsche cayenne sozusagen einer teil review oder einer sneak peek wer mehr zum neuen porsche cayenne erfahren möchte muss sich noch ein ganz klein bisschen gedulden und findet dann auf dem kanal bald auch das entsprechende video wem dieses video gefallen hat in dem würde ich ans herz legen jetzt einen daumen nach oben zu geben sowie ein abo da zu lassen und ihr könnt uns auch sehr gern auf instagram folgen ich hoffe dass wir uns ganz bald wiedersehen bis dahin passt bitte gut auf euch auf und bis zum nächsten mal der letzte satz war ohne sinn schneid es einfach ab ich gebe zurück zu dir gut